Herzlich Willkommen zurück Freunde des Unaussprechlichen und Unerklärlichen zu einem weiteren Part Call of Cthulhu. Wir sind in Kapitel 14. Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es 16 Kapitel. Wir stehen also kurz vor dem Ende. Vielleicht ist das hier schon der letzte Part. Wir werden sehen. Kapitel 14. Die Küstenhöhle. Pierce begegnete dem Leviathan endlich in Fleisch und Blut. Naja, endlich. Da hätte ich doch verzichten können. Die monströse Kreatur unterzog ihn einer Reihe von Prüfungen und beschloss daraufhin, dass der Detektiv bereit sei, sich seinem Schicksal zu stellen. Pierce sprengte die Walfangstation und verliert nach der letzten Konfrontation mit den Leviathanen das Bewusstsein. Ich hätte beim letzten Mal irgendwie Kultistenhöhle gelesen. Das mag aber daran liegen, dass ich so viele Kultisten gesehen habe, dass ich nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Ich habe das Symphony einer Musik, wo oben und unten ist. Ich trage mich zu hören. Ich habe das Gefühl, wo oben daneben werden назад. Ich habe das Gefühl, wo oben ist. 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 Das ist doch gut. Erstmal. Dass du sie nicht mehr hören kannst. Oh Gott, schwankst du. Okay, ich kann das Menü nicht öffnen. Ich wollte CP verteilen, aber ich glaube, das ist langsam obsolet. Ruhig. Ganz ruhig. Vorsichtig. Tief Luft holen. Wir tasten uns voran. Oh, da ist eine Hülle. Dann gehen wir da mal rein. Was Wahrheit hat das gesagt? Oh Gott. Es geht von alleine. Ich steuere ihn gerade nicht. Kloppt. Is somebody there? Hey, who are you? Ah, da geht's lang. Na gut, von da sind wir gekommen. Nehme ich jetzt einfach mal an. Nein, ich habe nicht Zeit, um zurück zu gehen. Ich muss nach Sarah gehen. Ich bin's einfach so gewöhnt. Bei vielen Spielen einfach immer noch mal zu gucken, von wo man sich her bewegt hat. Alter, oh, was ist denn hier? Wie auch immer er das aus diesem Bild heraus liest, aber ja, es ist nachvollziehbar. Aber warum wollte er das, wenn er doch schon frei war in diesem Wesen? Was, was will er erreichen? Ja, ich dachte, er will befreit werden, aber er scheint doch schon frei zu sein. Er scheint doch schon eigenständiges, lebendes, denkendes Vieh zu sein. Wir haben alle umgebracht, aber Charles hat doch geliebt, oder haben sie ihn jetzt erst eingetragen? Weil dann hätte er Fuller als letzter dort stehen müssen. Seien sie aber es noch nicht geschafft, ihn einzutragen. Hier ist ein Kerzenkreis, das gefällt mir nicht. Was war da? Es kommt immer wieder nach der Silla. Das war, wo es alles begann. Oh, nö. Das sieht nicht angenehm aus. Corden? Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Sie sind in der Blusion, was tun sie hier? Was sagt er hier? Ich finde diese Dinge halt spannend. Pthulhu-Illia. Oh, nö. 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 Das ist nicht so schön. Ich will jetzt einfach mal die Dinger. Sarah, ich fühle mich, dass sie mich anrufen. Das ist noch nicht lange wartet. Nicht noch. Du hast noch eine letzte Dinger zu erreichen. Nein, bitte. Ich kann es nicht tun. Verstehst du, was es ist? Sie hat bereits ihre Mission erfüllt. Warte über deine eigene Sache. Nein. Niemand kann dich finden. Sie oder Sie. Scheiße, sehen wir fertig aus. Sie wird Aman. Sie wird nicht alle wiederhören. Sie wird bestimmt nicht alle Kinder. Sie wird nicht alle wiederhören. Ich warte über deinen Weg. Sie wird nicht alle, dass sie nicht die Schuss ein wenig. Sie wird nicht im Moment. Oh! Nicht schuldig, Edward. Sie sind schon tot. Nichts was man tun kann. Nur triff es. Was ist mit mir passiert? Sarah? Ich muss zu Sarah gehen. Sie ist der Oracle. Sie wird wissen, was zu tun. Was Fuller mit dir angestellt hat. Sie hätten auch gleich Sarah zu uns schicken können. Was soll der Quatsch? Was soll Colden? Boah, Schwank. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier sind wir nicht richtig. Aber das war so... Oh. Trotzdem, wir nochmal gucken. Vielleicht soll ich was investigieren können. Sieht nicht so aus. Sarah? Bist du hier? Ah, wir sind noch in Kapitel 14. Alabaster-Spitze. Nach einer letzten Konfrontation begibt sich Pierce zur Alabaster-Spitze, wo Sarah Hawkins auf ihn warten sollte. Dort muss er eine Entscheidung fällen, die das Schicksal der Welt verändern könnte. Und was müssen wir noch erledigen für eine Mission? Wo wir schon wissen, was es ist. Also, Edward es schon weiß, aber wir halt nicht. Oder wisst ihr es? Er scheint sich dagegen zu wehren. Was ist denn die Entscheidung, die er fällen muss, wenn alles, was er tut, schon geschrieben steht, schon vorgegeben ist? Was muss ich tun, was nicht jeder beliebige andere auch hätte tun können? Wo zum Geier sind wir hier? Die Realität, wie du sie wissen, stopt hier. Nichts von diesem Sinn macht. Go! Sie ist wunderschön. Was hat sie getan? Was haben sie mit mir getan? Komm schon. Ah, Herr Pierce. Ich erwartet, dass ich dich nicht verletzt habe. Du bist tot. Du bist tot. Wow. Für dich. Es hat mehr Antworten und Geheimnisse, als du deine unzügigste Geheimnis bekommst. Dann weg sind sie. Was soll das? Bilde ich mir das alles nur ein? Was geht da hinten? Vorsicht! Oh, scheiße. Lasst uns diese Kultisten ins Meer schmeißen. Warum schweben hier Steine? Oh. Ich kann gar nicht stehen stehen, und hier bist du. Du hast niemals geblieben. Das ist nicht du. Nicht mehr. Nicht seit deiner Verlust auf den Docken. Ah, Detective. Es ist so leicht, dich zu schocken. Was? Was? Wir haben keine Wahl. Wir müssen weiter voran. Was jetzt? Wer kommt jetzt? Das ist Charles? Das ist Charles? Du hast alles aus mir genommen. Frau. Leben. Leben. Destinie. Du hast erstes dein Recht auf eine normale Leben. Der Moment, du hast die Macht über die Menschheit. Niemand will sehen so eine unbezügliche Sicht. Du hast nicht die Wahrnehmung. Du hast überhaupt nicht die Wahrnehmung. Du hast die Wahrnehmung. Du hast die Wahrnehmung. Ich habe die Leben verwenden. Ich hab die Leben, für die, die schmerzt. Meine Verkunft, meine Familie, meine eigene Körper. Warum hat Sarah nicht ich ausgesucht? Warum ist es deine Frau schweigend? Aber was kann ich denn? Keine Ahnung. Frag sie! Vielleicht bist du echt beschissen zu malen. Das sind doch wir. Drake? Drake? Was bleibt von diesem Instinkt, der dich aus den Trenken zieht? Lass sie nicht hören. Sie sind zu gefährlich für deine schmerzen Geist. Aber wir können nichts... Da noch kein Menü öffnen, nichts machen. Du bist genau da! Ich bin fast da. Orientierung verloren. Da lang. Gibt es hier nicht irgendwo einen Stein, den ich mitnehmen kann, um damit jemanden den Schädel einzuschlagen? Irgendwas? Oh, herrje. Wer seid ihr alle? Da haben diese beschissenen Masken auf. Wahrscheinlich steckt diese ganze verdammte Insel unter einer Decke. Drake? Aber ich hatte so ein bisschen gehofft, dass er uns irgendwann nochmal hilft. Oh Gott, wie sie sich aussieht! Ja. 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 Das könnte man auch mal aufzudraken machen. Ja. Ja. Was soll ich machen? Wie soll ich dir da aushelfen? Es ist doch das Messer, oder? Ich kann es nicht ganz erkennen. Was? Das Gegenritual vollziehen? Ich werde das Ritual vollziehen? Wir werden das Ritual natürlich nicht vollziehen, wir werden ja nicht blöd. Es ist doch nicht fürских Gergen! Es ist doch nicht für Attage! Nein! Es ist doch nicht für Attage! Sandra! ... ... ... ... ... ... oscheinen wohl doch keine 16, sondern nur 14 Kapitel zu sein Das war jetzt Weiß ich nicht Überraschendes Ende Ich hatte jetzt echt erwartet Da passiert noch irgendwas Wo jetzt zum Schluss einfach Nur die Wahl war zwischen Gut oder Böse Ich hätte irgendwie mehr erwartet Ich hätte eigentlich auch schon Fast erwartet Dadurch dass wir so oft diese Merkwürdigen Antworten Ausgewählt haben Dass wir automatisch Einfach irre werden Und irgendwas düsteres passiert Am Schluss Das war jetzt irgendwie Ja hallo Sie haben mir halt eine Knarre in die Hand gegeben Und der Der Okkultist Der In der Lage Mit dem Amulett des älteren Zeichen Um den Hals Wo ihr merkt Der einzige Mann Der in der Lage wäre Zu verhindern Was die da noch vorhaben Hat auch noch mit da An den Rand gestellt Also sie haben ihn Wirklich Vor die Wahl gestellt Und das ist ein bisschen Seltsam Ich meine Nice Aber Sie hätten ihm die Wahl Ja nicht mal Sie hätten ihn ja nicht mal Vor die Wahl Stellen müssen So Ich meine Sie haben ihm eine Knarre In die Hand gedrückt Warum Er hätte sich so nicht Wehren können Ich meine Sie haben oft genug Kontakt mit ihm gehabt Um ihm die verdammte Knifft auch abnehmen zu können Ist jetzt ein bisschen Bisschen eigenartig Und dass er auch Direkt wusste Was er zu tun hat Na gut Wenn dann wirklich Wirklich das ein Schicksal war Diese Wahl zu treffen Aber Okay Gut Ich hätte trotzdem Mit einer etwas Krasseren Endsequenz gerechnet Irgendwie Weil das Spiel Baut ja die ganze Zeit Eine mega Spannung auf Und Ja Den Endkniff Was denn nun Ich meine Ich muss auch dazu sagen Es gibt mehrere Enden bei dem Spiel Habe ich gelesen Also es gibt wohl Natürlich das zweite Ende Wenn wir Nicht Drake wählen Sondern Sarah wählen Dann soll es noch Ein Ende geben Wenn man Alle Also jedes Mal Alkohol Getrunken hat Komplett Dann soll man Zum Schluss Noch was drittes Anvisieren können Mit der Knarre Hatte ich gelesen Haben wir leider nicht geschafft Wir haben Nur ein von drei Mal Alkohol getrunken Weil beim zweiten Mal Kamen wir schon nicht ran Weil wir eine falsche Wahl Im Dialog geklickt haben Mal gucken Ob jetzt noch Eine Postcredit Zinkommt Ah ja Okay Das habe ich jetzt Aber auch erwartet Muss ich sagen Oh nicht Dr. Fuller Oh bitte nicht Nein Das ist ja die große Frage die ich nicht stelle Einfach nur so Was irgendwie Übertrieben ist Ich glaube man muss Nicht mal Francis Sanders Treffen Ich glaube Da kann man dran Vorbeigehen Was dann ja auch Fertigmacht Ich glaube So ein paar Dinge Die kann man ausweichen Dass er so wenig Ihr habt ja mal gesehen Ich wollte es halt Nochmal aufrufen Ich kann es aber nicht Das Menü Da konnte man dann Den ganzen Traumata Sich angucken Die Edward hat Und Wenn man die Nicht sammelt Oder so wenig Wie möglich sammelt Dann kann man wohl Auch noch ein anderes Ende herbeirufen Also Freischalten Ich verspreche das mal Kennen wir alles schon So Wenn wir annehmen Können wir auch Eh gleich noch mal Das sagen So Na dann Wer ist denn das Jetzt Das sieht aber wirklich aus Wie der Dolch Mit dem wir den Schlofer Im Gimpens Gemälde Verbannt haben Was das für zwei Dann Und Lui, Muglan, Fa, K'Toole, Lui, Mugan, Gal, Vatagan. Ja, das haben wir auf dem Bild ja gesehen, mit der Funne hier. Oh, dann ahne ich auch, was gleich passieren wird. Oh, dann ahne ich auch. 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 Oh! Oh, dann ahne ich auch. 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 Ahne ich auch. Ohne 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 ich auch. wiederholen muss. Und teilweise fand ich den Sound nicht richtig ausbalanciert. Also die ganze Zeit, also jetzt gerade zum Schluss hat man das halt gemerkt, dass die Stimmen leiser waren als die Umgebungsgeräusche, wo die ganze Zeit davor die Stimme immer das lauteste war und ich habe an den Soundeinstellungen nichts verändert. Das kann aber auch sein, dass das jetzt ein Stilmittel zum Schluss war, weil er so viele Stimmen in seinem Kopf hat, dass er nicht mal die Stimmen vor sich so richtig wahrnimmt. Ansonsten fand ich die Stimmung großartig, die aufgebaut wurde. Die Charaktere fand ich sehr, sehr interessant. Ich denke auch, dass es noch sehr viel mehr zu entdecken und zu erfahren gibt. Ich finde zum Beispiel die Figur Cat kommt viel zu kurz weg. Also sie ist für die ganze Geschichte vollkommen irrelevant. Und dafür ist sie aber eigentlich, wird sie zu spannend aufgebaut. Es wird erfahren, ja sie ist da und sie führt die Schmuggler an und zum Schluss können wir sie verarzten, wenn nicht stirbt sie. Ich habe sie jetzt nicht verarztet, weil ich sie, weil ich das konsequenter hielt, weil sie eigentlich unsympathisch ist. Warum sollten wir sie verarzten, während der Barkeeper, der wird ja viel naheliegender war. Aber ich denke, wenn man sich von vornherein, wenn man sie in der Bar nicht anpöbelt und anders mit ihr umgeht, wir sind ja sehr negativ mit ihr, wir haben sie immer mit, mit, mit. Ja, wir sind immer gleich auf den Krawall gegangen, wenn wir sie gesehen haben, einfach weil sie uns am Anfang an gepöbelt hat. Ich denke, da kann man aber auch mehr rausholen und ich denke, dann hat sie auch eine tragendere Rolle als hier, wo sie eigentlich komplett austauschbar ist. Ich finde es ja auch krass, wir hätten Bradley retten können, weil da gab es halt auch noch eine Funktion, die ja noch nicht freigeschaltet war. Allgemein haben wir Mythos und Okkultismus und Medizin nicht voll bekommen und ich, da gab es ja zwei, drei Stellen, wo wir Antwortsmöglichkeiten nicht wählen konnten, weil wir halt Okkultismus und Medizin nicht voll hatten. Bei den anderen Fähigkeiten, glaube ich, ist das so gewollt, dass man sich irgendwann entscheiden muss, welche Fähigkeiten baut man bis zum Schluss aus und welche nicht. Also ich bin schon motiviert, das nochmal zu spielen und dann auf Stärke und Ermittlungen und so erstmal zu verzichten. Davor aber auf Rede gewandert, um Psychologie mehr zu machen, um mehr Dialogoptionen freizuschalten. Wo man könnte auch Stärke durchprügeln und dann den Typen nochmal die Axt wegnehmen, wer weiß, was daraus noch macht. Gut, allgemein, die ganze Zeit hatte ich das Gefühl, dieses Erforschen ab vom Hauptziel weg würde nicht viel bringen. Aber es gab den einen Moment, wo wir vor der Wille der Hawkins quasi bei dem Bau von dem Silas Winchester, dem Haushälter, sag ich mal, waren und ich dachte, ich da nicht reingekommen bin. Wo ich mich jetzt aber frage, wäre man da vielleicht reingekommen, wenn man weiter irgendwie was versucht hat. Es gab auch irgendeinen Schuppen am Dock, den wir nicht aufschließen konnten, weil unser Ermittlungswert nicht hoch genug war. Was ich sagen will ist, wir haben noch nicht alles gefunden, was es im Spiel zu finden gab. Sonst wäre unser Okkultismuswert und unser Medizinwert bis auf 5 hochgegangen. Davon gehe ich aus. Es sieht nicht so aus, als wenn ich einen New Game Plus habe. Auch wenn ich den Spielstand lade, dann komme ich nur in den letzten Punkt hin. Hier kann ich auch nur aussuchen. Naja. Oder konnte man... Ne, löschen kann ich nur. Was passiert, wenn ich hier ein neues Spiel packe? Wir stehen in den Spielstand überschreiben. Okay. Ich hatte auch erwartet, dass es vielleicht möglich wäre, einen New Game Plus zu machen, wo quasi man alles beibehält, was man bereits gesammelt hat. Und nur die neuen Dinge noch finden kann oder so. Aber das ist nicht notwendig. Das ist ein Horrorspiel. Das ist ein solides, super gutes Spiel. Die Stimmung war großartig. Ich fand es klasse, wie sie mit Licht und Schatten gearbeitet haben, mit den verschiedenen Lichtern. Die verschiedenen Funktionen der Laterne. Sei es einfach nur Licht zu spenden. Dann das Monster blenden. Dann dieses mit den Irrlichtern folgen. Und was es da nicht gab. Auch das mit dem Öl und mit dem Feuerzeug. Was er auch irgendwann aus der Hand schnippt, wenn es ihm zu heiß wird. Und so. Viele, viele, viele coole Mechaniken drin. Hat echt Spaß gemacht. Auch, dass man Rätsel auf verschiedene Arten und Weisen lösen konnte. In der Irrenanstalt eine Gasexplosion oder eine Überlastung des Stromnetzes. Oder am Anfang entweder durch die Kanalisation da reingehen oder die Bootleggers ablenken. Was ja leider nicht geklappt hat, da wir ja schon den Wirt angepöbelt haben. Also finde ich cool, dass man so verschiedene Möglichkeiten hatte, Rätsel zu lösen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass jede Entscheidung, die ich im Spiel getroffen habe, eine Auswirkung nach hinten hatte. Also das war echt super, super klasse. Totes Spiel. Hat mir sehr viel Spaß bereitet. Hat sich super gesteigert. Hat es nicht total übertrieben mit Splatter-Szenen oder sonst was. Und das ging wirklich in den Kopf. Und ja, finde ich cool. Bin mal gespannt, ob ich noch weitere Spiele von dem Format finde. Horrorspiele sind meistens, finde ich, sehr schlecht. Weil es auch schwer ist, eine überzeugende Horroratmosphäre aufzubauen. Das sehe ich komplett ein. Aber viele Horrorspiele gehen einfach nur in die Richtung Gruselsplatter. Das sind einfach nur Monster und Blut. Und hier sind jetzt mal abgesehen zum Schluss kaum Monster aufgetaucht. Ganz im Gegenteil. Sie waren ja mehr oder weniger Illusion. Und viel Gemetzel gab es da nicht. Abgesehen von dem einen, dem vorletzten Kapitel, glaube ich, wo wir dann doch mal ein paar Leute umknallen mussten. Wo am Ende ja auch rauskam, dass es nur Menschen waren, wo wir uns nur eingebildet haben, dass mit denen was nicht gestimmt hat. Oder hat mit denen wirklich was nicht gestimmt? Wir haben uns nur eingebildet, dass wir uns was eingebildet haben. Ich bin mir noch nicht so sicher. Aber es war cool in Szene gesetzt. Wirklich sauber. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und vielleicht sehen wir uns ja bald an einem anderen Abend wieder mit einer neuen Geschichte aus der Dunkelheit. Bis dahin. Euer Morro. Macht's gut. Euer Morro. Euer Morro. Ich bin mir noch nicht. Ich bin mir noch nicht.